Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um das Freizeitzentrum Blieskastel. Das wird nämlich saniert, genau genommen das Schwimmbad im Freizeitzentrum wird saniert. Dafür gab es jetzt einen Förderbescheid über 6 Millionen Euro vom Bund. Das heißt, Blieskastel ist jetzt auch finanziell in der Lage, dieses Freizeitzentrum auf Vordermann zu bringen und wirklich grundlegend zu sanieren. Eingesetzt dafür hatten sich die Bundestagsabgeordneten von SPD, CDU und FDP, der Esra Limbacher, der Markus Uhl und auch der Oliver Luxitsch in Berlin, dass das eben positiv beschieden wird. Das ist auch gelungen. Und wir haben jetzt eben 6 Millionen Euro oder knapp 6 Millionen Euro zur Verfügung, um das Schwimmbad zu sanieren. Ich möchte in diesem Video was erzählen, wann das passieren wird, also wie der Zeitplan ist, wie lang es auch dauern wird, wann es überhaupt startet und auch, ob das überhaupt sinnvoll ist, das zu machen. Fangen wir vielleicht bei der Frage nach der Sinnhaftigkeit an. Was einige Parteien außer den drei genannten gesagt haben, ist, naja, man könnte das Schwimmbad ja einfach schließen und könnte die paar Schüler, die da kommen, nach St. Ingbert fahren. Da ist ja ein Schwimmbad. Für uns war das keine Option. Also alle drei Parteien haben sich für den Erhalt des Schwimmbads eingesetzt. Zum einen ist es so, dass man in Blieskastel natürlich Schüler hat, also Schulen hat, die das Schwimmbad nutzen. Und ich finde, dass Kinder und Jugendliche und Schüler schwimmen lernen sollten. Denn sie wollen nicht wirklich, dass im Sommer irgendwelche Unfälle passieren, sei es jetzt an Badeweihern, in Swimmingpools oder in Schwimmbädern, weil die Kinder nicht richtig schwimmen können. Und das Freizeitzentrum in Blieskastel, da sind nicht nur die Blieskastler Schüler, sondern auch aus Gersheim zum Beispiel, Mandelbachtal, also die umliegenden Gemeinden, Kirkel auch, also die umliegenden Gemeinden schicken auch Schüler hierher, Schulklassen hierher, die schwimmen lernen. Also das ist weit mehr als nur Blieskastel. Das Freizeitzentrum hat auch Angebote für Senioren, also Reha-Sport zum Beispiel. Schwimmen ist eine der Sportarten, die am wenigsten auf die Gelenke geht, also am wenigsten Unfallgefahr bietet oder Verletzungsgefahr bietet. Deswegen ist Schwimmen eine ideale Sache, auch gerade um die Mobilität im Alter zu erhalten, aber generell auch für Reha-Sport. Die DLRG, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, hat dort auch ihre Schwimmkurse. Es gibt verschiedene Schwimmvereine. Zwei Schwimmvereine machen dort ihre Trainings, ihre Schwimmrunden. Und es sind, also das Freizeitzentrum, das Schwimmbad ist wirklich umfangreich genutzt. Im Sommer haben wir noch das Freibad. Das heißt, da sind Familien und mit ihren Kindern eben unterwegs. Also ich würde sagen, es ist keine Option, dieses Schwimmbad zu schließen. Man hat auch gesagt, mit Corona, naja, da muss man ja eh reduzieren. Da wird so ein Gewöhnungseffekt eintreten. Also so nach dem Motto, einmal weg, immer weg, ist nicht so. Ich habe mich jetzt gerade informiert. Wir hatten eine Besprechung zusammen mit dem Freizeitzentrum im Vorfeld dieser Sanierungsmaßnahmen. Es ist nach Corona jetzt eher mehr Besucher im Schwimmbad, als es vorher war. Also Schwimmbad ist lange nicht out, sondern eher beliebter als je zuvor. Was wird da gemacht und wann wird es gemacht und wie lange wird es dauern? Was wird es kosten? Zunächst mal, warum saniert man es überhaupt? Naja, der Spatenschicht für das Schwimmbad war am 22.09.1975, also vor knapp 50 Jahren. Dann 1977 ist es in Betrieb genommen worden, 78 dann das Freibad außen, damals für 12 Millionen D-Mark errichtet worden. Und es ist nur einmal saniert worden, nämlich 1991. Und da hat man die Wasseraufbereitung und die Sporthalle und die Heizung saniert. Also nach 25 Jahren war dann die Heizung eben hinüber, was eigentlich eine übliche Lebensdauer ist. Das Bad selber, also die Fliesen, die Einrichtungen und sowas sind in den knapp 50 Jahren nicht saniert worden und sind jetzt auch abgebraucht. Also die Fliesen sind abgenutzt. Es gibt auch Risse, es gibt also auch Schäden. Die Lüftungsanlage, die Heizungsanlage, die Elektrik, das ist alles jetzt sehr, sehr in die Jahre gekommen. Das muss jetzt eben erneuert werden. Und mit den Fördermitteln von 6 Millionen Euro kann das jetzt auch gemacht werden. Die Bausubstanz, also das Gebäude an sich und auch die Betonschicht unter dem Becken, also die eigentlichen Becken sind ja mit Beton gegossen oder mit Beton errichtet worden. Das ist in Ordnung, das hat man untersucht. Also die Bausubstanz ist okay. Das Schwimmbad muss also nicht abgerissen und neu gebaut werden. Es genügt quasi, wenn man die Einrichtung, den Kern herausnimmt und das ist letzten Endes die Fliesen in den Becken selber. Das sind die Fliesen im Außenbereich, sind die sanitären Anlagen, vielleicht die Umkleiden. Das weiß man noch nicht, ob das reicht. Dann die Lüftungsanlage. Ein Schwimmbad hat eine große Lüftungsanlage natürlich, ansonsten wäre das feuchtstickige Luft. Und die Heizungsanlage, was man nicht braucht, ist das Blockheizkraftwerk. Das versorgt übrigens auch die Geschwister-Schollschule, das kann erhalten bleiben. Aber ansonsten wird quasi die gesamte Technik ersetzt, damit man eben ein neues, modernes Schwimmbad hinterher hat. So, wie sieht es jetzt aus vom Ablauf her? Der nächste Schritt hier ist quasi, es gab schon eine Machbarkeitsstudie, also man hat geguckt, kann man das machen? Das ist erfolgreich beschieden worden. Darauf gab es dann eben diesen Förderantrag. Das nächste ist jetzt, dass man, weil ein solches Projekt europaweit ausgeschrieben werden muss, dass man sich zunächst mal anwaltliche Hilfe holt. Man braucht einen Rechtsanwalt, der dabei unterstützt, diese Ausschreibungen rechtssicher zu formulieren, damit man hinterher nicht in Schwierigkeiten gerät. Wenn das der Fall ist, wird es dann entsprechend ein Gutachten, eine Planung geben, sodass man überhaupt erst mal feststellt, was kann man denn mit den zur Verfügung stehenden Geldern machen. Im Übrigen, es werden mindestens 8 Millionen gebraucht, also es fehlen noch 2 Millionen. Hier gab es auch schon Zusagen vom Land oder es gibt zumindest die Aussicht, dass wir vom Land noch Unterstützung bekommen, sodass also diese Gelder auch zusammenkommen. Wenn das feststeht, wird eben dann ermittelt, was muss denn alles gemacht werden und das wird dann alles geplant und dann gibt es ein Vergabeverfahren. Das heißt, es wird europaweit ausgeschrieben. Dann können sich Unternehmen eben bewerben und dann den Auftrag dafür bekommen. Und dann gibt es eine Vergabe und dann bekommen die Unternehmen die Aufträge. Dann müssen die natürlich auch wieder Material beschaffen, das ganze Planung durchführen und dann wird es eben geschlossen, das Schwimmbad. Dann läuft die Sanierung und anschließend wird es dann wieder irgendwann feierlich eröffnet. Vom Zeitplan her wird es so aussehen, dass diese Ausschreibung ungefähr, also die Planung oder diese Vorbereitung bis zur Ausschreibung wird das ganze Jahr 2023 noch in Anspruch nehmen. 2024 wird man dann die eigentliche Ausschreibung machen und dann die Vergabe der Aufträge machen. Und wir rechnen aktuell damit, dass die Bauarbeiten dann 2025 beginnen. Also die nächsten zwei Jahre oder dieses Jahr und das nächste Jahr können Sie noch getrost ins Schwimmbad gehen und schwimmen gehen. Da ist noch keine Gefahr, dass das geschlossen wird. 2025, 2026 wird es dann saniert und wir rechnen aktuell damit, dass das eineinhalb Jahre ungefähr dauern wird und dann kann es eben wieder eröffnet werden. Wenn die Technik ausgetauscht ist, im Übrigen werden dann auch die Fensterscheiben, die Isolierung alles ausgetauscht, haben wir am Schluss eine Einsparung von Strom in Höhe von 50 Prozent, Einsparung vom Wärmebedarf in Höhe von 50 Prozent und der Wasserverbrauch kann um 40 Prozent reduziert werden. Das Schwimmbad macht im Moment jährlich ungefähr eine Million Euro Verlust, weil die Einnahmen, also die Eintrittsgelder nicht reichen, um die Kosten zu decken. Durch die drastische Reduzierung der Energiekosten, gerade jetzt bei den gestiegenen Energiepreisen, des Stromverbrauchs und des Wasserverbrauchs, wird das deutlich effektiver werden oder wird es deutlich lukrativer werden. Ob wir dann die eine Million vermeiden können, weiß ich nicht, aber es wird auf jeden Fall wesentlich kostengünstiger zu betreiben sein. Also auch langfristig natürlich ein Argument für die Sanierung. Und der Einsatz von Chemikalien, weil man neuere Messtechnik macht, neuere Wasseraufbereitungsanlagen macht, wird auch deutlich reduziert werden können. Es wird also weniger Chlor quasi im Wasser sein und dadurch wird es auch angenehmer sein, das Schwimmbad zu betreiben, zu besuchen. Was auch geplant ist, ob das jetzt gleich mitgemacht werden kann, ist, dass die Rutsche erneuert wird. Die ist mittlerweile rau, das ist nicht mehr ganz so angenehm darunter zu rutschen, die ist auch schon recht alt. Die sollte also eventuell auch erneuert werden. Wissen wir noch nicht, ob das geht. Dann steht noch an, dass das Bistro eventuell erneuert wird. Auch da wissen wir noch nicht, ob die Kosten reichen. Das Problem ist, dass seit der ersten Planung, wo man von diesen 8 Millionen ausgegangen ist, eben der Ukraine-Krieg war mit Inflation, mit Preissteigerung, vor allem im Baubereich. Ob man diese Kosten also durch erhalten kann, ist eher unwahrscheinlich. Es wird eher teurer und dann muss man halt schauen, ob man mit den Geldern eben hinkommt. Ja, also wenn es saniert ist, wird es energetisch besser sein. Es wird attraktiver sein, wird frischer aussehen. Wie gesagt, sanitäre Anlagen, die Fliesen, wird neu sein. Die Technik wird neu sein, Lüftung, die Heizung wird alles neu sein. Das insgesamt haben wir ein runderneuertes Schwimmbad bei einer guten bestehenden Bausubstanz, sodass man sagen kann, wir sind dann gerüstet für die nächsten 25 bis 50 Jahre, um das Schwimmbad eben kostengünstig effektiv zu betreiben. Also summa summarum, ich bin sehr zufrieden, dass das gelungen ist, dass wir diesen Förderbeitrag, diesen Förderbescheid bekommen haben, das Geld bekommen haben. An der Stelle auch nochmal herzlichen Dank an die drei Bundestagsabgeordneten, den Esra Limbacher, Markus Uhl und Oliver Luxitsch von der FDP. Und dass es uns die Möglichkeit gibt, hier für die Blieskastler Bürgerinnen und Bürger das Schwimmbad zu erhalten und damit auch einen Standortfaktor zu sichern. Denn gerade für den Zuzug von Familien, von insbesondere jungen Familien, ist es so, dass das durchaus ein Entscheidungskriterium ist, was man hier an Freizeitangebot in der Stadt hat. Und wenn man nach St. Ingwerth fahren muss oder nach Saarbrücken fahren muss, ist das ein Grund mehr, eben nicht hierher zu ziehen. Letzten Endes eine Sache möchte ich noch erwähnen. Es wird auch komplett barrierefrei ausgebaut. Also für behinderte Menschen ist es dann auch einfacher, das Schwimmbad zu benutzen, beziehungsweise überhaupt erst möglich, das Schwimmbad ohne Hilfe zu benutzen. Also auch da ein großer Pluspunkt als Folge der Sanierungsleistung und der Erneuerungsleistung. So, mit meinen Informationen bin ich jetzt durch. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, wenn noch was offen ist, unterhalb des Videos auf meinem YouTube-Kanal, da werde ich das Video veröffentlichen, können Sie Kommentare schreiben. Ich lese die Kommentare, werde die auch beantworten. Wenn das Video jetzt geteilt wird, vielleicht auf Facebook oder sonst wo irgendwo noch erscheint und in irgendwelchen Gruppen dann Kommentare hinterlegt werden, kann ich die unter Umständen nicht sehen. Dann müssten Sie mich eventuell taggen, damit ich eine Benachrichtigung bekomme, dass hier ein Kommentar ist oder eine Frage ist und dann beantworte ich das natürlich auch sehr gerne. Und wenn Ihnen das Ganze geholfen, gefallen hat und wenn Sie auch der Meinung sind, dass das eine gute Entscheidung ist, geben Sie dem Video gerne ein Like. Und wenn Sie weitere Infos wollen zum Thema Plieskastler Politik, Stadtverwaltung, alles was Plieskastl angeht, freue ich mich über ein Abo des Kanals. Dann werden Sie auch benachrichtigt, wenn es neue Videos gibt. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Spaß im alten und dann neuen Freizeitzentrum. Ihr Ralf Armbrüster von der FDP hier in Plieskastl.